Willkommen zu Let's Play Koala Kong Battle Also Crash Band 1 Was ihr eigentlich schon missen müsstet wenn ihr das LP guckt Unwürdig zocken und sofort los Gegen Koala Kong Ich bin glücklich egal wie der Kampf ginge Oh ne das nicht Ja Helm springen Ich weiß nur dass man irgendwie so den Stein muss man so wie jetzt zurückkicken Soviel ich weiß Ja so Nicht recht schwer für ein Probe mit mich Also ist es für mich schwer Weil kein Probing Oh Gott war aber schlecht Die Musik ist geil Letztendlich ist echt geil Yeah Nein Die Schubkarre war vor Dener Vor ihnen Also der Zahnstück ist echt geil ne Könnt ihr in die Kommentare schreiben Puh Mach dich nicht über mich lustig Wenn du mich nicht kennst Oh Hey Komm schmeißt deinen großen Stein Auch wenn der genau so aussieht wie die anderen Steine ne Ach stimmt der bleibt erst zu stehen und dann ja Ich weiß wie es geht Und wieder Ey irgendwie das sag ich nur noch ne Ich darf mich nur dreimal treffen lassen Ne zweimal Vom dritten Mal bin ja tot Lückebäcker 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 Gets Komm So Bloß nicht in die Lava fallen Die vor uns ist Magma Ne Lava ist das glaube ich Ja wie mir so ganz sicher dass es Lava ist Den Teil habe ich doch vergessen Egal Warum Na bei den großen Stein Na ja Wie lange ich ihn gleich sofort verrecke Oh Oh Ja Geh viel hin bitte komm Nein Warum schieß ich ihn Boah ich bin da so Muss man eben mehr nachdenken Geschrückt Oh Gott Oh Gott Nein Oh gut Oh gut Uh Scheiße Ja Warum Ich weise mal lieber aus Anstatt zu springen Oh Gott Warum Geh ich nicht weg Geh weg Komm Warte und Jetzt Geh Geh Ja Mindestens drei Zwei minuten hat es gedauert Glaube ich Oh man kann wahrscheinlich nur eine Minute Aber ja Heavy Machinery Machinery Ja Machen wir weiter ne Ich spreche so schnell Ich weiß Ich spreche lieber Langsum Oh Gott Warte weg Kenne ich Da habe ich um 20 Uhr gesorgt Was war Ich habe es nicht geschafft Eine Stunde lang Da ist ich dran weiß ich noch Irgendwie Wie habe ich auf dem Fernseher wo ich gespielt habe Irgendwie nie auf den Sound gehabt Na Wenn mir gerade noch einfällt Ich muss sagen Die ist schon ganz gut Oh der Soundtrack Ich war noch nie in so einem Rio Level Ich wurde Ich wurde unterbrochen Mal wieder Ja Da kann Man Ich will Vielleicht gibt es einen Camtasia Wo man draufschneiden kann Ja Ja komm Na Geh einfach drauf Die letzte Insel sind wir glaube ich auch schon drauf Ne Auch die letzte Insel sind wir drauf So Drum Wieder Geh weg Gut Wir gehen weg Ja Oh Gott Mann Mann Okay Nein Fuck Warte Wie ging das So ging das Nein Ja Uns ja nicht genügs Ne Ich glaube mal dann besser die Autos auch leer Ne Einfach so Schnell sprechen Oh ne Verfolg Ja Ja Stimmen der Shippoint Die Level bei der Shippoint sind mega weit weg War der davor auch schon? Weiß ich gar nicht Oh Gott Warum? Ja so habe ich ihn glaube ich verloren Aha Soll ich die besser nehmen ne? Die Kisten war so und kriege ich mehr Fupperfucht Egal Ja komm Spring Spinnen Okay Das ist doch nicht so abgehackt Okay Okay Wie schade Oh Gott Okay Ganz leicht bis jetzt Ich will den Shippoint und keine Coco Köpfe Ja 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 Ich will den Shippoint endlich Ich hab Tschau Mitnehmen Ich glaube ich werde mal Hardcore aufnehmen machen ne? Und dann komm mir mal zum zweiten Teil ne? Das Spiel ist Der Reihe Der Spiele Reihe So rum Nee Nee darauf habe ich keinen Bock jetzt Einfach nur speichern Aha Jetzt will ich Wäre auch schon bescheuert wenn ich jetzt ein No drücken würde ne? Das wäre sehr bescheuert Sag ich euch mal so ne? Kann ich nicht runter? Warum das nicht? Sonst kann ich auch überall runterfallen Hier nicht mal was Das Weltmord kann man nicht überall machen Und Jungs Und Mädels Hier kann man's Zum Beispiel Wesentlich müssen wir nicht alles nur mal von vorne spielen Das mindestens Was gut ist Und jetzt springen Aber juck Aber jucken Aha Das Spiel ist jetzt gar nicht Ich dachte rasch Wir hätten Fehler begangen War dort nicht Das klingt nicht Aha Ja Na toll Alter Leck das hier Da hab ich ihn Wenn ich weg bin dann geht's wieder nur Der Frames Wie macht mir Sorgen Der Frames Und zwar Oh Gott Ging ja noch ne? Hätt besser sein können Ach nee Da war ja diese Scheiße ne? Ja was? Ja Oh Gott Das klingt ja im Kopf irgendwie Okay Okay Ging das? War ja sehr leicht ne? Warum machen wir das auch an? Ja Ich will die Dinger! Nun, bevor ich einsammeln... Leben... Ja... Aber mit mein Auge gehen, das nicht gut kommt! So! Und mit eurer Gesicht? Keine Ahnung! Sechs voll ab, ne? Ja! Leben! Inside-Lupen, zum Beispiel, Martok-Style! Warte mal kurz... Okay, das geht wieder! Und... Ende! Ja! Keine Ahnung, als ich versuche, wie beim ersten Mal durchzocken... ...durchspielen, durchzocken, egal... ...gämmer Sparerzocken, ne? Cortex-Power! Aha! Ich warte auf die Herausforderung! Ist auch schon mal geil wieder! Aber... ...waaaah, das hast du jetzt nicht gedacht, aber... ...das ist gar so, wie ich zweiter bin, ne? ...die so ähnlich fahren, ne? Ähm... Welchen geh' ich jetzt lieber? Ich nehm' den Gefälligeren! Im ersten Blick auch so auch so! Oh Gott! Das ist ein... ...dach so auch was! Boah! Leben! Ah! Okay! Schwersprung! So... ...und... 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 ...jetzt! Rechtslieber! Wie soll ich da links hinkommen? Oh voll! Schlau! Oh Gott! Da geh' ich nicht zurück! Ne... ...tu' ich auch nicht! Ähm... ...wie soll ich das machen, ne, Dunks? Die haben die also, die euch vorgestellt! Irgendwie, jo! Ah! Schlechte! Ne, ich dachte grad, ich würd da drauf landen! Wie jetzt! Zum Beispiel! Mir will die... ...meine FPS traps auch nicht richtig gerade! Alles klar, ja, ich wär was mehr gesehen! Das wär' sehr... ...ärgerlich gewesen! Oh! Spring! Gut! Power! Gott, ich hab' Power, steht da ja immer! Unterne! Wenn ich an der Spur drück', wenn ihr das nicht gesehen habt! Ja! Na, schau! Die Schrott! Ähm... Ähm... Mach' ich erst mal meine Framesanzahl, wie gut ist! Ja! Geil! Sammeln, halt mal! Wir lieben und so, ne! Wir brauchen Leben! Oh, ja! Ohne Leben können wir nicht lieben! Und deswegen... Wir leben hier auch noch so sehr! Wie jetzt! Boah, ich dachte, ich bin einfach reingesprungen! Phew! Oh Gott, ich hab' ich... Oh Gott, ich hoffe nicht, ich hab' den Mikro gepostet! Das wär' sehr ärgerlich! Ach, schön! Genau, Crash! Map! Level-Map! Ja! Unrücklicherer, kommen jetzt da an! Mach' ich auch mal eher mal Schluss für den ersten... Erstens Part, wollte ich schon sagen! Generator, Rumor! Bis zum nächsten Part, Leute! Schau!